Ich bin Carsten Höfer und ich bin Autor des Buches Frauenversteher. Das Buch für alle, die entweder ein Mann oder eine Frau sind. Wenn es mal schwierig wird zwischen Mann und Frau, dann sagen ja viele, redet doch mal miteinander. Aber zack, das ist der Fehler Nummer eins. Denn wie man hier sieht, miteinander reden ist manchmal gar nicht so einfach. Immer nur Bernhard und ich und du hängst nur mit deinen Kumpels rum? Wir haben eine Beziehung. Hänge mit meinen Kumpels rum? Das scheint dir wohl wichtiger zu sein. Nein, du bist mir wichtig. Ach ja. Aber wer ist denn da gerade nicht entspannt? Ja, aber du, du verstehst mich überhaupt nicht. In diesem Buch finden sie viele lustige Geschichten für alle, die wissen wollen, wie es mit der Verständigung zwischen Mann und Frau doch noch klappen kann. Ich habe damit nicht gedacht, dass das ein Mann oder Männer und Frauen verstehen sich dann noch nicht, wenn wir eine Nebenhöhle des Mannes und dachte darüber nach, wie sie Peter beim nächsten Mal vielleicht besser verstehen könne. Hier, lies das. Es wirkt. Musik. Musik. arg lähelt確認 sight ja. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020